Bereit loszuspielen in wenigen Minuten? Brass Birmingham! Öffnen wir die Verpackung, finden wir die Spieleanleitung, das Spielbrett, vier Spielertableaus und farbig markiertes Material für bis zu vier Spieler und weiteres, wozu wir gleich noch kommen werden. Am besten alles herausholen und sortiert bereitlegen und das Spielbrett auffalten. Hierbei, wie auch bei den einzelnen Spielertableaus, könnt ihr euch entscheiden, ob ihr lieber auf der dunklen oder hellen Seite spielen möchtet. Einfluss auf das Spiel selbst hat das aber nicht. Ist das Spiel brandneu, müssen natürlich die Blättchen, Geld usw. aus den Stanzbögen gedrückt werden. Nehmt zuerst die Karten in die Hand und sortiert alle sogenannten Wild Cards, also Joker-Karten, aus. Sie sind im Gegensatz zu den normalen Karten hell gehalten mit weißem Rand. Je nachdem, wie viele Spieler teilnehmen, sind bei vier Spielern alle Städte- und Industriekarten zu nehmen. Bei drei Spielern nur diejenigen, die in der Ecke rechts unten zwei und drei Punkte abbilden. Oder bei zwei Spielern nur diejenigen Karten, die zwei, drei und vier Punkte zusammen zeigen. Wer das Spiel entgegen der Regel in die Länge ziehen möchte, kann diese Sortierung ignorieren und mit mehr Karten spielen, als für die Spieleranzahl vorgesehen ist. Allerdings geht damit auch einher, dass die zwei oder drei Spieler dadurch weniger auf dem Spielbrett getränkt sein könnten und Interaktion dadurch gemindert wird. Jeder Spieler nimmt sich je ein Tableau, alles Spielmaterial seiner Farbe, acht Karten vom gemischten Kartenstapel und Münzen im Wert von 17 Pfund. Die quadratischen Industriekärtchen werden mit der einfarbigen Seite nach oben auf das eigene Tableau sortiert. Achte dabei darauf, dass die römischen Zahlen in der oberen rechten Ecke der Kärtchen mit denen der Position auf dem Spielertableau übereinstimmen. Neben dem Tableau habt ihr nun noch die Münzen, die acht Karten, einige doppelseitige Verbindungsblättchen mit Boot und Eisenbahn und zwei Holzmarker. Den eckigen Holzmarker legt ihr am Spielbrettrand links unten auf die Position 0 bzw. minus 10 und den Runden auf die 10 bzw. 0. Der Rundestein markiert euer Einkommen pro Runde über die helle innere Nummerierung. Der eckige Marker zeigt eure Siegpunkte an. Letzterer wird sich bis zur zweiten Hälfte des Spiels nicht oder nur in Ausnahmefällen bewegen. Damit hat jeder Spieler sein Material bereit zu spielen. Auf dem Spielbrett ist aber immer noch zu tun. Mittig rechts auf dem Spielbrett seht ihr den Markt für Kohle und Eisen. Legt die schwarzen Kohlewürfel auf die schwarzen Quadrate und lasst unten eine, die etwas hellere Fläche, frei. Das gleiche macht ihr rechts daneben mit den orangenen Würfeln, die Eisen darstellen. Und lasst hier unten zwei Quadrate frei. Neben Kohle und Eisen gibt es noch eine dritte Ressource, Bier. Die hölzernen Bierfässer setzt ihr auf die Position der verschiedenen Produktmarktplätze. Spielt ihr zu viert, besetzt ihr alle Positionen rund um die Landschaft. Seid ihr weniger, lasst ihr die Marktplätze der oberen Spielbretthälfte leer. Auf dem Spielbrett oben links gibt es drei Flächen für Karten. Diese können benutzt werden für die Dreistapel, Nachziehstapel, Städte-Wildcard und Industrie-Wildcard. Nun gibt es noch diese Kärtchen, ich sag mal Handschüttelkärtchen. Während die Händedruckseite bei allen gleich ist, zeigt die jeweils andere Seite bestimmte Industriegüter oder nichts an. Die komplett gelben könnt ihr übrigens wegwerfen. Mischt die Kärtchen verdeckt, legt sie auf die entsprechenden Flächen zu den Bierfässern und deckt sie dann auf. Sie zeigen nun, welche Waren an diesem Marktplatz gehandelt werden können. Die dazugehörigen Bierfässer sind Belohnungen für den ersten, der die angezeigte Ware an diesem Marktplatz verkauft. Dazu später mehr. Zuletzt legt ihr euren großen, runden Spielermarker übereinander auf jeweils eines der abgebildeten Fässer unten links. Diese markieren die Spielereihenfolge. Jetzt ist endlich alles aufgebaut. Spielablauf Zwei Äras Zuerst muss man verstehen, dass Brass Birmingham in zwei Phasen aufgeteilt ist. Die erste Hälfte spielt in der Kanal-Ära, wo Güter mit Booten über Kanäle transportiert werden. Die zweite Phase spielt in der Eisenbahn-Ära. Nun werden die Güter mit Eisenbahn zu den Märkten verfrachtet. Das Ende jeder Ära wird dadurch ausgelöst, dass der Nachziehstapel, wie auch alle Handkarten, aufgebraucht sind. Dann werden die Siegpunkte gezählt, alle Kanalverbindungen und zudem alle Industrien der Stufe 1 beseitigt. Darüber sollte man sich schon am Beginn des Spiels klar sein, daher wird es schon jetzt gesagt. Wie genau die Wertung verläuft, erkläre ich später. Um Siegpunkte zu erhalten, muss man je nach Fall entweder Industrien verkaufen oder Ressourcen wie Kohle, Eisen und Bier loswerden. Sobald man das geschafft hat, darf man das Industrieblättchen auf dem Spielfeld umdrehen, wodurch zu erkennen wird, wie dieses Industrieblättchen zu bewerten ist. Doch wie geht es nun los? Jeder Spieler darf in seinem Zug zwei Aktionen spielen. Jede Aktion wird durch je eine Handkarte signalisiert. Bei den meisten Aktionsmöglichkeiten spielt der Inhalt der gewählten Karte an sich keine Rolle. Man wählt einfach diejenige, die man am wenigsten braucht. Die einzige Aktion, die abhängig von der gewählten Karte ist, ist das Bauen, womit wir bei den verschiedenen Aktionen wären. Bauen Die Aktion Bauen ist tatsächlich die einzige Aktion, die etwas mehr Erklärung bedarf, während die anderen Aktionen recht schnell erklärt sind. Jedes Blättchen auf dem Spielertableau steht für ein mögliches Bauvorhaben. Es wird der Reihe nach von der niedrigsten Stufe zur höchsten gebaut, wobei manche Stufen mehrere Blättchen haben, die alle gebaut oder wegentwickelt werden müssen, um die nächst höhere Stufe bauen zu dürfen. Es gibt zwei Arten von Industrien. Erstens, diejenigen, die Waren herstellen, die an Marktplätze am Rand des Spielfelds verkauft werden müssen. Und zweitens, Industrien, die sozusagen Baustoffe bereitstellen, die wiederum zum Bau oder Verkauf anderer Industrien nötig sind. Diese Baustoffe sind Kohle, Eisen und Bier. Letzteres werde ich bei der Aktion Verkaufen erklären. Kohle und Eisen wird je nach Industrie zum Bau benötigt. Ist Kohle gefragt, braucht man eine Verbindung zu einer eigenen oder gegnerischen Kohlemine oder zu einem Marktplatz, der Zugang zu den Kohlewürfeln schafft, die allerdings auch bezahlt werden müssen. Um auf Eisen zuzugreifen, braucht man keinerlei Verbindungen. Man darf sich am ganzen Feld bedienen oder es auf dem Marktplatz kaufen. Für den Ressourcenkauf ist keine Extraaktion nötig, sondern es gehört zur Aktion Bauen dazu. Es gilt zu überlegen, wo du als Spieler welche Industrie bauen möchtest und kannst. Eigentlich ist unumgänglich, zuerst eine Kohlemine zu bauen. Dafür brauchst du entweder eine Kohleindustriekarte oder eine Karte für eine Stadt, die die Kohleindustrie zulässt. Es empfiehlt sich, eine Kohlemine dort zu bauen, wo bereits eine Verbindung zum Markt geschaffen wurde, da du somit und nur so direkt Kohlewürfel in den Markt verkaufen kannst. Hast du einen geeigneten Ort gewählt, legst du das Blättchen darauf und darauf wiederum die angezeigte Anzahl an Kohlewürfeln. Sofern es eine Verbindung zum Markt gibt, darfst du von diesen Kohlewürfeln nun so viele abgeben, wie leere Plätze im Kohlemarkt leer stehen und das entsprechende Geld dafür aus der Bank nehmen. Je weniger Kohle auf dem Markt, desto mehr erhältst du pro verkauften Kohlewürfel. Das gleiche Prinzip gilt bei den orangenen Eisenwürfeln, die aber wie gesagt keinerlei Verbindungen brauchen, um verkauft oder verbraucht zu werden. Brauchst du zum Bau einer anderen Industrie Kohle oder Eisen, gelten dieselben Regeln. Für Kohle also eine direkte Verbindung zum Marktplatz, um von dort zu kaufen oder zu eigener oder fremder Kohle auf dem Spielfeld. Im Falle von Eisen ist auch hier keinerlei Verbindung nötig. Als Kohle- oder Eisenminenbesitzer hast du ein Interesse daran, die Würfel auf den Blättchen loszuwerden, denn dadurch darfst du es wenden, wodurch ab sofort dein Rundeneinkommen um die rechts unten angezeigte Zahl gesteigert wird und die Industrie und die damit verbundenen Kanalboote oder Eisenbahn Siegpunkte wert werden. Auch dazu später mehr. Beim Bier bzw. den Brauereien gilt dies zwar prinzipiell auch, doch mehr dazu unter dem Punkt verkaufen. Die jeweils erste Industrie darf noch allein abhängig der Handkarten frei gebaut werden. Danach gilt zu beachten, wählst du eine Stadtkarte, musst du zum Bau in dieser Stadt eine der möglichen Industrien bauen, musst aber nicht zwingend eine Verbindung zu deinem Netzwerk haben, sofern du auch so die Ressourcenkosten bezahlen kannst. Jedoch wirst du ein Interesse daran haben, ein an Marktplätze angeschlossenes Netz von Industrien zu bauen, da du die Ware ja auch verkaufen möchtest. Eine Stadtkarte kann aber eine gute Möglichkeit sein, dich an einen unbesiedelten Teil des Spielfeldes neu auszubreiten. Wählst du eine Industriekarte, musst du an dein Netzwerk, also dein Städte- und Verbindungsnetz, anknüpfen und einen Ort wählen, wo diese Industrie zur Auswahl steht. Beachte dabei, dass du in der Kanal-Ära nur ein Industrieblättchen pro Ort setzen darfst, somit also zu Expansion gezwungen bist. Das gezahlte Geld legt ihr jetzt neben euren Spielermarker. Zur Aktion Bauen gibt es noch einen speziellen Punkt, und zwar das Überbauen. Da das aber meiner Erfahrung nach eher selten vorkommt, empfehle ich, zum nächsten Punkt weiterzuspringen und erst darauf zurückzukommen, wenn es sich tatsächlich anbietet oder nötig ist. So voll das Spielbrett von Möglichkeiten auch wirkt, kann es doch auch mal eng werden, und es mag als sinnvoll oder nötig erscheinen, eine Industrie zu überbauen, damit man noch etwas mehr Siegpunkte für eine höhere Stufe erhält, oder vielleicht auch einfach, weil die Rohstoffe ausgegangen sind. Es ist erlaubt, eigene Industrien, ob gewendet oder nicht, zu überbauen. Lagen zuvor Ressourcen darauf, werden sie ersetzt durch die vorgegebene Anzahl des neuen Blättchens. Es gibt einen speziellen Extremfall, in dem auch eine Industrie eines Gegenspielers überbaut werden darf. Wenn Eisen oder Kohle restlos aufgebraucht sind, es also zum Beispiel keinerlei Eisenwürfel mehr auf dem Spielbrett und im Markt gibt, dann darf eine Eisenmine eines Gegenspielers überbaut werden. Dies gilt allerdings allein für Eisen und Kohle. Das untere wird durch die Überbauen-Aktion obsolet und für die Abrechnung irrelevant. Es kann also auch zurück in die Schachtel gelegt werden. Verbindungssätzen Verbindungsstücke sind die länglich runden Pappblättchen, die beidseitig mit je einem Boot und einer Eisenbahn bedruckt sind. Das Boot wählt ihr in der Kanal-Ära und die Bahn in der Eisenbahn-Ära. Hiermit verbindet ihr Städte, die übrigens nicht zwangsläufig selbst bebaut werden müssen, und vergrößert somit euer Netzwerk und vermehrt damit auch eure Industriebau- und Verkaufsmöglichkeiten. Eisenbahnen dürfen überall gesetzt werden, Boote dagegen nur dort, wo auch wirklich ein Kanal zwei Städte verbindet. Verbindungen können in der Abrechnung nach einer Ära Siegpunkte wert sein, auch dazu später mehr. Die Kosten für Boote und Eisenbahnen findet ihr rechts unten auf dem Spielbrett. In der Kanal-Ära darf pro Aktion eine Bootsverbindung für drei Pfund gekauft werden. In der Eisenbahn-Ära darf pro Aktion eine bis zwei Eisenbahnverbindungen gekauft werden, die allerdings auch deutlich teurer sind. Kreditaufnehmen Da der Bau der allermeisten Industrien mit Geldkosten verbunden ist, ist die Kreditaufnahme wohl unumgänglich. Mit der Aktion Kreditaufnehmen erhaltet ihr 30 Pfund aus der Bank und müsst dafür auf der Einkommensskala drei Schritte zurückgehen. Hierbei sind nicht die kleinen, sondern großen gruppierten Schritte, also die innere Skala, gemeint. Geratet ihr danach ins Minus, müsst ihr den Minusbetrag in der Rundenabrechnung so lange an die Bank zahlen, bis ihr durch Verkauf von Waren oder Aufbrauchen von Ressourcen wieder im Plus seid. Wenn ihr den äußeren und inneren Zahlenring am Spielbrettrand betrachtet, erkennt ihr, dass es am Anfang im niedrigen Einkommensbereich günstiger ist, einen Kredit aufzunehmen, als später, wo ihr für drei große Schritte zurück bis zu zwölf Einkommenspunkte zurückfallt. Es lohnt sich also, lieber am Anfang in den sauren Apfel zu beißen und vielleicht auch mehrere Kredite aufzunehmen. Doch übertreibt es nicht, denn habt ihr am Ende der Runde kein Geld für die Bank, müsst ihr gebaute Industrien für den halben, abgerundeten Preis wieder verscherbeln und dürft diese nicht zurück auf euer Tableau legen. Reicht auch das nicht, müsst ihr möglichst für jedes nicht gezahlte Pfund einen Siegpunkt abziehen. Verkaufen Hier sei für die Immersion gesagt, dass Verkaufen von Industrien eigentlich kein gut gewähltes Wort ist. Eigentlich aktiviert man dadurch vielmehr eine Warenfabrik, die dann dadurch fortlaufend Einkommen in der Rundenabrechnung generiert. Der Einfachheit und der korrekten Übersetzung wegen nennen wir es aber weiterhin Verkaufen. Ist eine Industrie gebaut, also ein Plättchen in einer Stadt gelegt, zielt man darauf ab, dieses Plättchen zu wenden und somit Einkommenssteigerungen zu erreichen und Siegpunkte einzusacken. Um das zu ermöglichen, müssen zwei Bedingungen erreicht werden. Erstens, es muss eine Verbindung zu einem passenden Marktplatz bestehen, der das Produkt abnimmt und zweitens muss Bier zum Verkauf bereitgestellt werden. Warum Bier? Der Betrieb wird gestartet, die Arbeiter gehen an die Arbeit und werden sozusagen mit Bier bezahlt, das damals zur Zeit der Industrialisierung wohl sicherer zu trinken war als verdrecktes Wasser. Das Bier ist also so etwas wie die Bezahlung, um die Produktion zu starten. Ist man beim passenden Marktplatz der erste, der dorthin verkauft, erhält man als Bonus das Bier, mit dem man den Verkauf bezahlt. Ein weiterer Bonus für den Erstverkäufer wird in der Mitte der Marktplätze angezeigt, beispielsweise eine kostenlose Entwicklung, Siegpunkte, Einkommenssteigerungen und so weiter. In dem Fall ist also nicht nötig, vorher eine Brauerei zu bauen, die in der Kanal-Ära jeweils ein Bier und in der Eisenbahn-Ära jeweils zwei Bier zur Verfügung stellt. Es ist aber nur eine Frage der Zeit, bis die Bereitstellung von Bier die wohl drängendste Frage wird, denn ohne Bier kein Verkauf und keine Siegpunkte durch Warenfabriken. Bier ist neben Kohle und Eisen also die dritte Ressource. Hat man selbst eine Brauerei mit verfügbarem Bier, darf man es ohne Verbindungen dorthin trotzdem frei verwenden, also wie Eisen. Gegenspieler dürfen ohne Verbindung jedoch nicht darauf zugreifen. Da Bier begehrt und relativ rar ist, ist es von Vorteil, eigene Brauereien möglichst isoliert zu halten, sodass Gegenspieler einem das eigene trinkend für den Verkauf gebrauchte Bier nicht vorzeitig wegschnappen können. Sowohl die Anzahl der bereitgestellten Bierfässer auf der Brauerei als auch die Zahl der zum Verkauf benötigten Biere ist auf den jeweiligen Blättchen zu finden. Sind alle Fässer einer Brauerei aufgebraucht, darf auch dieses Blättchen gewendet werden. Bau, Verkauf und Verbrauch führen oft dazu, dass Blättchen gewendet werden und somit deren jeweilige Zielsetzung erreicht wird. Hier bekommt man schon einen Vorgeschmack, welche Kettenreaktionen durch einzelne Aktionen ausgelöst werden können, die oft nicht nur einen selbst, sondern auch die Mitspieler betreffen, da man sich an den gegenseitigen Ressourcen bedingt bedienen darf. Entwickeln Eine Aktion, die zwar seltener angewendet wird, aber doch sehr hilfreich und manchmal sogar nötig sein kann, ist die Entwicklung. Hierbei dürfen für den Preis von je einem Eisenwürfel bis zu zwei Industrieblättchen vom Tableau beseitigt werden. Es muss allerdings die niedrigste verfügbare Stufe sein. Zu beachten ist, dass manche der Töpferei-Blättchen eine durchgestrichene Glühbirne abgebildet haben, was bedeutet, dass diese Blättchen nicht wegentwickelt werden dürfen, sondern gebaut werden müssen, um auf die nächste Stufe zu kommen. Die Not zur Entwicklung kann entstehen, wenn man in der Kanal-Ära verpasst hat, Stufe 1 eines Industriezweigs zu bauen und sich nun doch entscheidet, diesen zu beginnen. Denn bei mehreren Industrien ist nicht erlaubt, Stufe 1 in der zweiten Ära zu bauen. Also müssen diese Blättchen sozusagen wegentwickelt werden. Erkunden Durch Erkunden gelangt man an die besagten, hell gehaltenen Wildcards mit weißem Rand. Hier gibt es zwei verschiedene als Pendant zu den normalen Karten. Ein Joker für Orte und einer für Industrien. Mit dem Ortsjoker steht einem völlig frei, in welcher benannten Stadt man welche erlaubte Industrie bauen möchte. Die Industrie-Joker-Karte erlaubt jegliche Industrie in jedem Ort, der Teil des eigenen Netzwerks ist. Die einzige Einschränkung bei beiden ist, dass man in der Kanal-Ära nicht zwei eigene Industrien in einer Stadt haben darf. Die Wildcards werden, wie die üblichen Karten gehandhabt und können als Aktion Bauen angewandt werden. Die Erkunden-Aktion läuft folgendermaßen ab. Wie immer wird eine Karte für die Aktion selbst herausgesucht und vor sich hingelegt. Als nächstes werden zwei weitere Handkarten ausgewählt, die durch die Joker-Karten, nämlich eine Orts- und eine Industrie-Karte, ersetzt und auf den eigenen Ablagestapel geworfen werden. Die Aktion Erkunden darf nicht gespielt werden, wenn man noch Wildcards auf der Hand hat. Werden die Wildcards im Rahmen einer Aktion gespielt, werden sie nicht auf den eigenen Ablagestapel, sondern zurück auf das Spielbrett gelegt und stehen allen Spielern wieder zur Erkundung zur Verfügung. Tipp zur Übersicht beim Spielen von Aktionen. Es kann manchmal schwer sein, die Übersicht zu behalten, vor allem wenn man durch Bau oder Verkauf Kettenreaktionen anstößt. Es hilft für jede geplante Aktion eine entsprechende Karte vor sich hin zu legen, im Fall eines Bauvorhabens das entsprechende Blättchen und dessen Baukosten auf die Karte zu legen und dasselbe mit der zweiten Aktion zu tun. So hat man die Übersicht, welche beiden Aktionen man spielen möchte, was sie kosten und hat noch die Möglichkeit, die Reihenfolge zu ändern. Spielt man jede Aktion einfach drauf los, löst noch eine Kettenreaktion aus, fragt sich vielleicht, was man noch tun wollte und vergisst es. Am Ende eines Zuges und einer Runde Am Ende eines Zuges sollte alles Geld, das man für die zwei Aktionen ausgegeben hat, neben dem eigenen runden Spielermarker links unten auf dem Spielbrett liegen. Die für die Aktionen benutzten Karten liegen auf dem eigenen Ablagestapel und die Handkarten werden vom Nachziehstapel wieder auf acht Stück aufgefüllt. Daraufhin folgt der nächste Spieler, bis jeder einmal dran war. Am Ende einer Runde wird geprüft, wer in dieser Runde wie viel Pfund ausgegeben hat, um die Spielerreihenfolge für die nächste Runde festzulegen. Die Reihenfolge richtet sich aufsteigend nach den jeweiligen Ausgaben. Der Sparsamste beginnt also und der Spieler mit den meisten Ausgaben beendet die kommende Runde. Das Ende einer Ära Wie zuvor schon angesprochen, wird das Ende jeder Ära durch das Aufbrauchen des Nachziehstapels und der Handkarten eingeleitet. Das Ende der Kanal-Ära ist zu weiten Teilen eine Art Reset, da sehr vieles vom Spielfeld entfernt wird. Alle Verbindungen, da Boote und Kanäle nun als veraltet gelten und ebenfalls jegliche Industrie der Stufe 1. Doch zuerst gilt es, alles zu Siegpunkten umzurechnen. Dies ist der gleiche Vorgang sowohl zum Ende der ersten wie auch der zweiten Ära. Zuerst sind die Verbindungen dran, die ja jeweils an Orte und oder Märkte grenzen. Ein Kanal oder eine Eisenbahnstrecke wird nach ihrer Wichtigkeit bewertet, die sich natürlich wiederum danach richtet, welche Industrien sie miteinander verbindet. Hier gilt es, auf dieses Symbol zu achten. So erkennen wir, dass Märkte immer zwei Siegpunkte wert sind. Den Verbindungswert von Industrien pro angeschlossenem Boot oder Eisenbahn erkennen wir auf den Industrieblättchen oben rechts. Manche Orte haben nicht nur ein oder zwei, sondern noch viel mehr potenzielle Transportwege. Somit kann der Verbindungswert einer einzigen Industrie mehrmals gezählt werden. Besonders spannend ist dabei die titelgebende Stadt Birmingham. Allein mit der Schaffung von Infrastruktur kann man einiges an Siegpunkten abstauben, sogar ohne dort selbst eine Industrie errichtet zu haben. Verbindungspunkte erhält man nämlich auch durch gegnerische Industrie. Jede Verbindung, die ordentlich berechnet und bewertet wurde, wird vom Spielbrett genommen, damit sie nicht doppelt gezählt wird. Weniger kompliziert sind nun die Industrien, deren Siegpunktwert auf den gewendeten Blättchen links unten abzulesen und entsprechend zu werten sind. Blättchen, die nie gewendet wurden, werden nicht gezählt. Ist somit die zweite Ära beendet, ist auch das Spiel beendet und der Sieger steht fest. Steht die zweite Ära noch aus, werden alle normalen Karten neu gemischt und jedem Spieler acht davon als Handkarten gegeben. Wildcards werden wieder auf ihren Platz auf dem Spielbrett gelegt. Das Belohnungsbier der Märkte wird wieder neu hingestellt und es kann losgehen in die Eisenbahn-Ära. Ich denke und hoffe, dass ich bis hierhin alles Notwendige verständlich erklärt habe und ihr Brass Birmingham jetzt einfach losspielen könnt. Sollte ich etwas vergessen oder etwas Falsches gesagt haben oder wenn Fragen offen bleiben, schreibt bitte einen Kommentar, damit ich es in einem angepinnten Kommentar nachtragen oder korrigieren kann.